Willkommen liebe Zuschauer und Freunde von LJ2EverLive. Hier ist der Frank Schuh mit der Montagsanalyse von Gold. Immer montags, mittwochs und freitags, wie auch alle neun Kernmärkte als solches. Immer montags, mittwochs und freitags erscheinen. Hier schauen wir uns jetzt an den Tagesschart und sehen hier unten die Welle 4 nach unten, die wir hier unten im Bereich von 1614 fertiggestellt haben. Und von da ab sind wir impulsiv unterwegs in der Bilderbuchwelle in der Welle 5. Da müssen wir schon in den Wochenchart wechseln, wenn wir die noch sehen wollen. Hier die Welle 4, hier die Welle 5. Da ist noch Luft und das ist die Bewegung, die wir hier vor uns haben. Dauert noch, ist langfristig. Also nicht, dass Sie meinen, wir gehen jetzt mal eben auf 3000. Nein, das geht so schnell nicht. Da sind noch ein paar Hürden zu nehmen. Aber generell sind wir in einem Aufwärtstrend unter der Voraussetzung natürlich, dass wir nicht mehr unter diese 4 fallen hier. Und wir sollten aber auch nicht mehr unter diese 2 fallen. Ich mache jetzt mal 2 Megaprojekte, damit das ein bisschen deutlicher wird, ja. Da müssen die Alarmglocken schrillen, wenn wir unter 1802 jetzt hier nochmal gehen. Nein, denn erst später wieder hier ist das möglich. Aber erst wenn wir wieder ganz oben sind, dann ist das wieder möglich. Aber da wird nämlich dann die Welle 2 bei 1837 liegen. Also knapp da drüber, aber die dürfte sich ja auch ein bisschen noch weiter nach unten bewegen. Also, die große Welle 1 erwarte ich bei 2190. Der Weg dahin ist folgender. Wir haben da drin dann die 1, 2, 3, 4, 5. Das sind die Markeln, die Sie sich im Standbild gerne notieren können. Und jetzt schauen wir uns diesen Bereich hier an. Und dazu gehen wir in den 4-Stunden-Chart. So. Naja, ist ein bisschen weit weg, aber uns interessiert jetzt erstmal die Welle 3 der Welle 3. Und die sehen wir hier. Wir sind noch mittendrin. Man kann es wagen, hier nochmal mit dem Gedanken an eine Trade zu spielen. Aber da ich hier keine Anlageberatung mache, möchte ich Ihnen nur die technischen Dinge zeigen. Hier zum Beispiel, hier ist jetzt der Kurs bei rund 2007 aktuell. Das Video wird jetzt mittags aufgenommen, aber erst am späteren Nachmittag veröffentlicht. Das heißt, der Kurs kann natürlich dann und wird dann auch irgendwo anders stehen. Ja, das ist ganz klar. Aber mit einer Absicherung hier unten an der 2 kann man hier durchaus nochmal ein paar Pünktchen mitnehmen. Also, wir haben ja noch 130 Punkte nach oben bis zur Welle 3. Wenn alles planmäßig läuft vor uns. Wir laufen jetzt erstmal von dieser 2 dann hoch in diese 3. Von dieser 3 in diese 4. Wahrscheinlich muss ich das Ganze noch ein bisschen entzerren, weil das scheint mir alles etwas eng hier zu sein. So machen wir das mal. Weil so schnell wird das Ganze nicht gehen. Das dauert noch ein bisschen, ja. Also, hier, wenn Sie Lust haben, über mehrere Tage oder zwei Wochen oder drei Wochen noch zu handeln, dann ist das hier eine Alternative mit einem akzeptablen Chancen-Risiko-Verhältnis. Je nachdem, ob Sie sich hier absichern wollen. Das wäre der sicherere Trade. Oder wenn Sie der ganzen Sache etwas mehr Luft geben. Aber hier unten macht das irgendwie keinen Sinn mehr. Also, dann müsste das schon hier passieren. Dann wäre dieses kleine Stück hier Ihr Risiko. Aber das hier wäre Ihre Chance. Das sieht gut aus, ja. Ich zeichne es aber bewusst nicht ein, um hier nicht jemanden zu verleiten, hier das als Anlageempfehlung zu betrachten. Nein, das ist es nicht. Sie sind vollkommen selbstverantwortlich für das, was Sie tun. Und auch damit auch für Ihr Risiko und mögliche Verluste. Vor allen Dingen, Sie sollten sich nie auf andere Analysen verlassen. Sie sollten die immer nur nehmen als eine Meinung. und sich dann Ihr eigenes Bild machen. Und dann können Sie alle Informationen, die Sie gesammelt haben, ja dort mit einfließen lassen. Ja, ich denke, dass Sie damit von mir alle wichtigen Informationen erhalten haben. Ja, ich freue mich, Sie im Telegram und Discord-Kanal zu begrüßen. Sie finden den Link unterhalb des Videos. Liken, kommentieren, abonnieren und eine Kanalmitgliedschaft abschließen. Wenn wir das so beibehalten, dann können wir noch sehr, sehr lange Zeit das hier als Analyse-Flatrate so weitermachen. Dankeschön und bis zum nächsten Video. Ich wünsche alles Liebe, der Frank Schuh von Elliot Waver Live. Ich wünsche alles Liebe, der Frank Schuh von Elliot Waver Live. Ich wünsche alles Liebe, der Frank Schuh von Elliot Waver Live.